Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einem weiteren inspirierenden Text. Ich möchte dir heute How to be an Artist oder Lass dich fallen vortragen. Und bei der Recherche für die Aufnahme habe ich herausgefunden, dass der Text, den ich bisher immer Joseph Beuys zugeordnet habe, eigentlich von Susan Ariel Rainbow Kennedy ist. Und ja, ich habe mir eine Übersetzung rausgesucht, die ich am schönsten finde. Lasse dich fallen. Lerne Schnecken zu beobachten. Pflanze unmögliche Gärten. Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein. Mache kleine Zeichen, die Ja sagen und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freue dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Verweigere dich, verantwortlich zu sein. Tue es aus Liebe. Mache eine Menge Nickerchen. Gib weiter Geld aus. Mache es jetzt. Das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei. Lache viel. Feiere jeden großartigen Moment. Bade im Mondlicht. Habe wilde Vorstellungen. Transformative Träume. Und vollkommene Ruhe. Zeichne auf Wände. Lies jeden Tag. Stell dir vor, du könntest zaubern. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne dich. Tauche ein. Sei frei. Segne dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. Unterhalte das innere Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken. Werde nass um arme Bäume. Schreibe Liebesbriefe. Ja. Viele weitere Texte findest du auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dem kleinen Text inspirieren. Am heutigen Tag. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe.